Hallo, mein Name ist Ken Tamplin und willkommen zur Ken Tamplin Vocal Academy. Das hier ist Band 1 der Serie, Wie singe ich besser als alle anderen. Ich lasse dich wissen, was du von dieser Serie erwarten kannst und was ich von dir erwarte, damit du besser singen kannst als alle anderen, okay? Wenn du schon vorherigen Gesangsunterricht hattest, bitte ich dich, das einfach an der Tür zu lassen. Komm mit deiner weißen Weste hierhin und mach einfach nur das, was ich dir rate. Denn wenn du genau das machst, was ich dir sage, wird deine Stimme so stark werden, so stark, wie du sie vorher noch nie gehört, gesehen oder gefühlt hast. Und wenn du noch überhaupt keine Erfahrung hast, ist das auch kein Problem. Dies ist keine Benotung. Band 1 ist keine Benotung von deinen vokalen Leistungen. Es legt einfach nur die grundsätzlichen Dinge dar, die ich dir beibringen kann. Selbst den Sängern, die die meiste Erfahrung haben, fehlen manche grundlegende und ursprüngliche Dinge, die man braucht, um toll zu singen, und es fehlt die offene Kehletechnik und andere Dinge, die ich dir gleich zeige. Also, wenn du bereit bist, lass uns anfangen und let's rock. Wie singt man besser als alle anderen? Let's go!